Calvin Kleinen hat allen Grund zur Freude. Er hat hart gekämpft und geht als Kampf der Reality-Stars-Sieger hervor. Ja, jetzt ist es endlich raus. Calvin Kleinen, 32, hat sich den Kampf der Reality-Stars-Sieg geholt und darf sich über die Geldprämie in Höhe von 40. 0-0-0-Euro freuen. Im Netz wurde schon seit dem Beginn der Staffel spekuliert, wer das Zeug dazu hat, der nächste Gewinner zu werden. Für die beiden anderen Finalisten Cecilia und Lilo hat es am Ende leider doch nicht gereicht. Kurz vor Calvins Sieg steigt die Aufregung in der Sala. Es muss richtig aussortiert werden, denn acht Stars sind leider sieben zu viel. Nach einem simplen Anruf muss Chris den Traum vom Finale aufgeben. Izzy, Lilo und Nina müssen entscheiden, wer von ihnen bleiben darf. Die letzten fünf Kampf der Reality-Stars müssen dann selbst entscheiden, wer das Finale am meisten verdient hat. Für Christoph und Noah ist die Reise somit leider auch vorbei. Am Ende schafft Calvin es, sich gegen alle anderen Promis durchzusetzen. Im Netz häufen sich bereits die ersten Glückwünsche. Hättest du nicht gewonnen, wärst du definitiv Gewinner der Herzen. Wer mit so viel Respekt anderen gegenüber tritt, hat es einfach nur verdient. Du hast gekämpft, aber dabei trotzdem auf deine Mitkämpfer Acht gegeben. Du kannst es noch weit schaffen, lieber Calvin. Seit Folge 1 schon mitgefiebert und wusste, dass du es schaffen wirst, Worte, über die Calvin sich bestimmt sehr freuen dürfte. Bis zum nächsten Mal.